Chat-Tippity erweitert das Instrumentarium, was wir beim Lernen und bei der Bildung benutzen können, ungemein. Man kann es auf so viele Arten und Weisen nutzen, als Muse, als Bearings-Partner, zur Erzeugung von individualisierten Lernmaterialien, vielleicht auch ein bisschen zur Korrektur von Materialien, also da können die Didaktiker sich richtig austoben.